Musik Gewohnt gute Stimmung im Charlottenburger Fuchsbau. Nachdem die Spreefüchse das letzte Wochenende auswärts ihre erste Saison-Niederlage bei der SG 09 Kirchhof hinnehmen mussten, wollte man nun erneut auf die Siegerspur wechseln. Und das ausgerechnet gegen den ungeschlagenen Bundesliga-Absteiger aus Rödertal, den nötigen Matchplan. Hat Gonzalo Miranda natürlich parat. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings für die Mannschaft, beziehungsweise eigentlich zwei. Laura Kirchhof-Matzen und Anna Blödorn fehlen verletzungsbedingt erst darauf aufgrund eines Ödems im Knie. Und Kapitänin Blödorn kuriert aktuell einen Mittelhandbruch aus. Wir haben viele talentierte jungen Spieler, also wir werden ihnen eine Chance geben und sehen, ob sie es anbringen können. Und hoffentlich so. Sie haben sehr, sehr gut gearbeitet. Ich denke, mit dem Willen zu zeigen, dass sie in diesem Team in diesem Team sind, werden sie die Loss der anderen Spieler kompensieren. Eine durchaus schwierige Aufgabe für die Berlinerinnen, wie schon in den ersten Spielminuten zu sehen ist. Die Partie startet mit gehörigem Tempo. Die Spreefüchse können dieses auch mithalten, lediglich bei der Chancenverwertung hapert es. Anders auf der Seite der Gäste, der Erstliga-Absteiger verwandelt seine Chancen und bevor sich die Berlinerinnen sammeln können, steht es 1 zu 4. Die Abwehr hat sichtliche Probleme, den Angriffen der Damen in Blau etwas entgegenzusetzen. Und nicht zuletzt, die über das gesamte Spiel häufigen Aluminium-Treffer machen es den Gastgeberinnen schwer, mit den Punkten der Gäste mitzuhalten. Im Angriff tat man sich eh nicht schwer. Zwar war der Zug zum Tor zu erkennen, doch zu oft segelte der Ball am Kasten vorbei oder landete direkt in den Armen der Rödertaler Defense. Mit einem 8 zu 15 geht es nach 30 Minuten in die Halbzeitpause. Zum Schluss, als wir dann schon einen weiten Abstand hatten, wurde es wieder besser, weil man dann sich dachte, jetzt kann man eh nicht mehr es viel schlechter machen wahrscheinlich. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit nochmal die Power vom Schluss mitnehmen und irgendwie das noch retten können, halbwegs. Leider wurde daraus nichts. Zwar ist Trainer Miranda bekannt dafür, seine Mannschaft besonders stark auf den Gegner einzustellen, doch auch seine Halbzeitansprache schien heute keine Wirkung zu haben. Ob Tempo-Gegestöße nach leichtem Ballgewinn oder bedachtes Aufbauspiel. Bei den Berlinerinnen bleibt heute fast alles, fast jegliches Bemühen unbelohnt. Zu groß scheint das Loch zu sein, das Laura Matzen und Kapitänin Anna Blödorn in der Mannschaft hinterlassen. Bleibt den Spreefüchsen zu hoffen, dass beide im Oktober wieder spielfähig sind. Am Ende reicht es denn nur zu einem 18 zu 28. Also wir haben unsere Chancen nicht genutzt, was wir so die letzten Spiele auch nicht so wirklich gemacht haben. Und wenn er uns in einer Halbzeitpause was erklärt, dann haben wir es wieder jetzt nicht so richtig umgesetzt auf dem Spielfeld. Und wir nehmen uns dann halt selber die Chancen, wenn wir es eigentlich erklärt kriegen und es einfach nicht wirklich so aufs Parkett bringen und eigentlich das zeigen, was wir eigentlich können. Wir lassen jetzt den Kopf nicht hängen, nur weil es jetzt einmal nicht so richtig geklappt hat, muss man natürlich. Und ich denke, wenn wir wieder über unsere Schnelligkeit kommen, dann kann man uns schwer halten. Also wir können es eigentlich besser, als wir es heute gezeigt haben. Das wissen wir und wir sind uns sicher, das werden wir auch wieder sehen. Hoffentlich als nächstes am kommenden Sonntag. Da geht es auswärts gegen den TSV Nord-Harrisle. Und dann geht es auswärts gegen den FSV Nord-Harrisle. Und dann geht es auswärts gegen den T deadlines zu bringen. Und dann geht es auswärts gegen die UnterAST 200-D, das wird sich werden. Und dann geht es auswärts gegen den Palten drin. Und dann geht es für die Zeit. Und dann geht es uns immer wieder auf die Kuper skipped rgression. Und dann geht es los une R efter 20 und Und dann geht es euch darum, und dann geht es meistens von natürlich. Und dannpurpose ab, dann wird es wieder躍 diese Be metals ged Planet. Und dann geht es gerne an, was. Und dann geht übersnia funds. Vielen Dank.